Hallöchen und herzlich willkommen zu Endlich Leicht, Gesundheit und Ernährung leicht gemacht. Mein Name ist Fabienne, ich bin Wissenschaftsjournalistin mit Schwerpunkt Gesundheit und Ernährung und dein Host hier in diesem Podcast. Wir haben heute eine richtig coole Folge für dich mit einem ganz besonderen Gast und zwar der renommierten Psychologin und Bestsellerautorin Steffi Stahl. Du lernst in dieser Folge, was deine Kindheitserfahrungen damit zu tun haben, wie du dich heute verhältst und wie du deine Erkenntnisse daraus, was in der Kindheit alles vorgefallen ist und was für Prägungen du daraus mitgenommen hast, du in der Lage bist, heute ein Leben zu erschaffen, wie du es dir vorstellst. Sei es in Sachen der Ernährung, des Abnehmens, des Berufes oder der Beziehung oder der Beziehung zu dir selbst. Ich würde sagen, wenn das ganz spannend für dich klingt, lass uns nicht länger warten, sondern direkt starten. Mein heutiger Gast ist eine renommierte Psychologin, Bestsellerautorin und vielleicht kennst du ja eines meiner absoluten Lieblingswerke von ihr und zwar Das Kind in dir muss Heimat finden. Liebe ich total und sie ist eben Expertin für die innere Kindarbeit und die Glaubenssatzarbeit. Ich spreche hier von Steffi Stahl. Ja, als ich vor zwei Jahren auf Bali war, habe ich ihr Buch verschlungen. Es hat so viel in mir bewirkt und heute können wir endlich mit ihr über dieses Thema sprechen. Glaubenssatzarbeit, Kindheitsprägungen, Emotionen. Ja, Steffi, ich freue mich richtig, dass du heute da bist. Herzlich willkommen im Endlich Leicht-Podcast. Hallo Fabienne und danke dir für die Einladung und für die Wertschätzung. Du, Steffi, lass uns doch direkt mal in das Thema eintauchen, innere Kindarbeit. Was verstehst du unter dem inneren Kind? Was kann man sich darunter vorstellen und warum ist es deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach auch wichtig, sich damit mal auseinanderzusetzen? Ja, das innere Kind, das ist ja, das ist eine psychologische Metapher und gemeint ist damit das Folgende. Wenn wir auf die Welt kommen, ist unser Gehirn noch nicht besonders ausgebildet. Ja, das ist, geht eigentlich um simple Überlebensfunktionen, soweit ist es verdrahtet, also Regulation von Hunger und Durst, Temperatur und so weiter. Aber im Grunde kann unser Gehirn noch nichts. Und dann verknüpft es sich und bildet alle möglichen synaptischen Verbindungen aus. Und da werden riesige Datenautobaden angelegt im Gehirn. Und die Verknüpfung erfolgt ja nicht völlig unabhängig und isoliert, sondern gemäß der Umwelt, was ja auch Sinn macht. Also ein Gehirn eines Menschen, der am Nordpol geboren wird, verknüpft sich ein bisschen anders als jemand, der in Südafrika geboren wird. Aber im Großen und Ganzen sind wir alle sehr ähnlich strukturiert, aber diese Verknüpfungen bewirken halt außerordentlich subjektive Prägungen, im Guten wie im Schlechten. Also wenn das Kind jetzt in eine Familie hineingeboren wird, die total liebevoll ist, wo es eine Riesenfreude gibt, dass es das Kind gibt, die sich dem Kind liebevoll zuwendet, wird es gut versorgt und eine gute Bindung herstellt, dann lernt dieses Kind sehr früh und das Gehirn verknüpft sich entsprechend. Ha, da gibt es eine Freude, dass es mich gibt. Ich bin es wert, dass man sich um mich kümmert. Und da draußen gibt es Menschen, auf die ich mich verlassen kann. Das wäre die Ausformulierung des sogenannten Urvertrauens. Und sind die Bedingungen vielleicht nicht so günstig, die Eltern sind gestresst oder es gibt keine Eltern oder was auch immer. Und das Kind fühlt sich oft isoliert und alleingelassen. Dann lernt das Gehirn dieses Kindes und so verknüpft es sich. Ich bin alleingelassen, ich bin auf mich gestellt, ich bin einsam. Da draußen gibt es niemanden, auf den ich mich verlassen kann. Also Urmisstrauen. Und natürlich gibt es noch viele, viele zahlreiche weitere Lernerfahrungen in der Kindheit. Und so verknüpft sich das Gehirn dann immer weiter. Und letztlich werden wir mit diesem Gehirn groß und daraus ist dann eben auch unser Selbstwertgefühl entstanden. Das Bild, was wir von uns selber haben, aber auch das Bild, was wir von der Welt da draußen haben. Also was wir potenziell von anderen Menschen erwarten können oder was eben nicht. Und diese ganzen frühen Lernerfahrungen, die ja größtenteils unbewusst sind, also wo viele Menschen, wenn sie sich diesbezüglich nicht reflektieren, gar nicht wissen, dass es ihr Gehirn so subjektiv verknüpft hat, diese bezeichnet man in der Psychologie als das innere Kind. Das innere Kind ist diese Metapher, dass wir einen Teil in uns haben und zwar einen recht großen Teil, den wir in uns tragen, der weitgehend darüber bestimmt, wie wir uns mit uns selbst fühlen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir emotional überhaupt aufgestellt sind, wie wir uns verhalten und so weiter und so fort. Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen, so aus dem Alltag? Also ein typisches Beispiel wäre, ich nehme mal eine meiner Leitfiguren aus meinem Buch, Michael. Michael ist in einer Familie aufgewachsen, wo die Eltern ziemlich gestresst waren, weil die hatten beide eine Bäckerei und er hatte noch mehrere Geschwister. Und er hat ja als kleines Kind nicht gedacht und gefühlt, meine Eltern sind viel zu gestresst. Die hätten niemals vier Kinder kriegen dürfen, bestenfalls eins. So denkst du ja nicht als kleines Kind, dazu fehlt ja vollkommen auch der Überblick. Sondern der kleine Michael hat natürlich gedacht und gefühlt, ich falle zur Last. Ich bin hier zu viel. Und das ist ja, wie diese Prozesse immer stattfinden, dass die Kinder, die ja, wenn sie klein sind, ein egozentrisches Denken haben, die nehmen alles zu sich rüber. Also wenn Papa schlägt, denkt das kleine Kind nicht, Papa ist viel zu aggressiv und er sollte mal in Psychotherapie, sondern das kleine Kind denkt und fühlt, ich bin wertlos, ich bin schlecht. Und sowas prägt sich dann eben auch in Form dieser tiefen Glaubenssätze, wie ich bin wertlos, ich bin nicht okay, ich falle zur Last und so weiter ein. Und wird dann als inneres Programm mit ins Erwachsenenleben genommen. Das heißt, der Michael zum Beispiel, in meinem Beispiel, der hat so tiefe Glaubenssätze entwickelt, wie ich bin nicht wichtig, ich falle zur Last, meine Wünsche zählen nicht. Und weil er diese Erfahrung gemacht hat, erwartet er eigentlich auch nicht unbedingt, dass er so gemocht und geliebt wird, wie er ist, weil er sich nicht so wirklich geliebt gefühlt hat, auch als Kind. Das heißt nicht, dass seine Eltern ihn nicht geliebt haben, sondern dass er das nicht so fühlen konnte, weil die einfach ziemlich überlastet und überfordert waren. Und wenn es ihm heute passiert, dass er sich irgendwie übergangen fühlt und ist es nur eine Kleinigkeit, dann triggert das wieder sein altes Kindheitsgefühl von ich bin nicht wichtig, meine Wünsche zählen nicht und so weiter. Und dann ist er gekränkt und wird ziemlich schnell wütend. Also ich habe ja in meinem Buch dieses legendäre Beispiel, dass seine Freundin vergisst, seine Lieblingswurst mitzubringen, ja, weil sie war mit Einkaufen dran und er hatte sie noch gebeten, bitte, bitte, denk da an die Wurst. Und das hatte sie leider vergessen. Er kommt abends nach Hause, stellt das fest und dann wird er innerhalb von Millisekunden ganz klein, innerlich, er merkt das nicht, das bleibt unreflektiert bei ihm, weil er sich so gekränkt fühlt. Das ist wieder dieses alte Kindergefühl, was da wieder getriggert wird. Und von der Kränkung geht er sofort in die Wut und erst bei der Wut setzt eigentlich sein Bewusstsein an. Ihm ist die Kränkung nicht bewusst, ihm ist nicht bewusst, dass ein altes Kindergefühl getriggert wird. Er merkt nur die Wut und die Wut agiert er auch nach außen. Er macht Sabine Vorwürfe und beschwert sich. Und Sabine hat natürlich auch ihre Prägung und ihr inneres Kind. Und sie fühlt und denkt, da haben wir es wieder, ich genüge nicht, ich kann nichts richtig machen. Weil sie kam aus einer Kindheit mit Eltern, die waren eigentlich sehr zugewandt, sie war auch Einzelkind, aber sie haben zu viel des Guten getan. Sie wollten sie bestmöglich fördern und haben sich dabei nicht so geschickt angestellt, weil Sabine hatte schon als Kind immer das Gefühl, sie kann es nicht richtig machen, weil die Eltern sie zu viel kritisiert haben. Ja, und dann fängt sie an zu schmollen und zieht sich zurück. Und er ist wütend und macht ihr Vorwürfe und so weiter und so fort. Und was beide nicht merken, dass sich da eigentlich zwei innere Kinder, zwei verletzte innere Kinder in der Wolle haben und nicht die beiden Erwachsenen. Und wenn sie das merken wollten und verändern wollten, müssten sie die Vorgänge dahinter erfassen und worum es eigentlich geht. Und dass sie beide, wie ich sage, so zwei kleine Schattenkinder in sich haben, die halt schnell gekränkt sind. Und dass das gar nichts mit dem Hier und Heute ihrer Realität zu tun hat, sondern mit alten Prägungen. Ja, du hast gerade schon das Schattenkind angesprochen. Magst du den Hörern mal ganz kurz erklären, was jetzt das Schattenkind ist und im Prinzip auch, was das Sonnenkind ist, was du auch in deinem Buch dann nutzt als Metapher? Ja, ich habe ja eben schon erklärt, dass diese alten Prägungen, die wir da mitnehmen, und das ist ja dann das einzige Gehirn, was uns zur Verfügung steht, was eben diese entsprechenden Programme drauf hat, als inneres Kind bezeichnet wird. Und ich habe dieses innere Kind unterteilt in zwei Instanzen sozusagen, das Schatten und das Sonnenkind. Und das Schattenkind steht eben für all jene Prägungen, die jetzt nicht so günstig waren, wie bei Michael eben diese gestressten Eltern und sein Gefühl, dass er zur Last fällt. Und das Sonnenkind steht für die guten Prägungen. Ich meine, viele Eltern machen auch vieles richtig und irgendwas richtig machen die Eltern auch schon. Dafür steht das Sonnenkind, aber eben auch, und das ist eigentlich noch wichtiger, es steht auch für all das, was wir uns heute als Erwachsene selbst neu gestalten können. Das heißt, es ist im Grunde genommen der Gegenentwurf zum Schattenkind, also die Zielversion, und zwar eine positiv realistische, also jetzt nicht eine übergestülpte Idealversion meines Selbst, sondern genau das Gegenteil, eigentlich die Version, die ich wirklich bin. Dass ich genüge, dass ich so sein darf, wie ich bin, dass ich okay bin, auch unter der Bedingung, dass ich nicht alles richtig mache und dass ich mal Fehler mache. und dass es sicherlich ein paar Eigenschaften gibt, an denen ich ruhig noch arbeiten darf. Das ist das Sonnenkind. Das Sonnenkind steht für die positive Version und da spielen halt neue Glaubenssätze eine Rolle, neue positiv realistische Glaubenssätze, aber auch neue Verhaltensweisen. Denn ich sage immer, die alten Glaubenssätze sind gar nicht so das Problem. Also wenn ich jetzt einen Glaubenssatz habe wie, ich bin nichts wert, so, das haben ja einige Menschen, würde dieser Glaubenssatz für sich genommen gar nicht so viel bewirken. Ich könnte das ja manchmal einer Freundin erzählen, weißt du, ich habe oft das Gefühl, wertlos zu sein, ich konnte darüber reden, ich blieb so im Kontakt. Aber was man eben entwickelt und jeder Mensch entwickelt, sind dann so Selbstschutzstrategien. Und eigentlich sind es die Selbstschutzstrategien, mit denen ich mich selber belaste, aber auch meine Beziehung belaste. Also der Michael, um bei dem Beispiel zu bleiben, der hat halt früh als Kind gelernt, sich sehr stark anzupassen, weil er wollte ja nicht zur Last fallen, also hat gelernt, sich sehr leicht zu machen, seine Gefühle oft in den Hintergrund zu stellen, zu gucken, was wollen die anderen. Und heute als erwachsener Mensch funktioniert er sehr gut. Er läuft sehr gut auf dem Funktionsmodus, außer eben, wenn er getriggert ist und dann zu seinen Wutausfällen kommen. Aber ansonsten ist er highly functional, aber er hat wenig Kontakt zu seinen Gefühlen. Er ist wenig verbunden mit sich selbst, er hat nicht wirklich viel Lebensfreude und fühlt sich auch öfter ein bisschen leer, gerade weil er wenig verbunden ist und stellt sich auch öfter so die Sinnfrage. Also im Grunde ist er nicht richtig zufrieden mit seinem Leben und er arbeitet viel zu viel auch auf diesem Funktionsmodus, weil er versucht, alle Erwartungen zu erfüllen, weil er ja nicht auf Ablehnung stoßen will, so wie er es als Kind erlebt hat und macht sich damit allerlei Probleme, aber auch seinen Beziehungen. Denn das ist ja immer der springende Punkt. Einerseits, wenn ich meine Prägungen nicht reflektiere und mein inneres Kind nicht reflektiere, mache ich mir damit selber Probleme, aber ich bereite auch anderen Menschen Probleme. Weil ich mich in einer Art und Weise immer mal wieder verhalte, wie zum Beispiel, wenn er dann ausfliebt wegen so einer Kleinigkeit wie so einer blöden Wurst, bereitet er ja auch Sabine dann immer wieder Probleme. Und diverse Probleme in der Welt, eigentlich alle Probleme in dieser Welt, sage ich immer, entstehen eigentlich auch durch solche Mängel an Selbstreflexion. Dass ich mit dem Themen, die ich habe, andere Menschen dann belaste. Ja, das kann ich richtig nachvollziehen. Also im Prinzip haben wir ja jetzt quasi schon gelernt, dass wir ein inneres Kind in uns tragen, beziehungsweise zwei, das Schatten- und das Sonnenkind, entstanden aus verschiedensten Situationen, Prägungen aus unserer Kindheit, als wir aufgewachsen sind. Das sind schöne Momente, vielleicht auch nicht so schöne Momente. Und aufgrund dessen, nehmen wir jetzt mal die nicht so schönen Momente her, die wir erlebt haben, haben wir Schutzstrategien entwickelt, um quasi bestmöglichst damit umgehen zu können. So, jetzt sind wir heute im Alltag. Du hast gerade schöne Beispiele gebracht, wo man quasi an kleinsten Situationen merken kann, dass diese Prägungen einfach ein Teil von uns sind und unser Leben und unser Miteinander ein Stück weit einfach mitbestimmen. Jetzt hast du auch gerade schon gesagt, das kann eben zu Problemen führen mit uns selbst, mit anderen. Und dementsprechend steckt da so, so, so eine große Chance dahinter, da mal reinzugehen und sich selbst zu reflektieren. Das ist mir so ergangen, als ich dein Buch als Hörbuch gehört und durchgearbeitet habe. Aber ich hatte so viele Wow-Momente. Ich saß jeden Abend mit meinem Mann am Tisch beim Abendessen und wir haben uns über meine ganzen Erkenntnisse und Ahas ausgetauscht. Was würdest du sagen, stecken denn alles für Chancen darin, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt oder sich selbst so wichtig nimmt, dass man sich mal mit dem inneren Kind auseinandersetzt? Die größte Chance besteht darin, dass ich zur Wahlfreiheit und Entscheidungsfreiheit komme. Denn wenn ich diese Prägung nicht reflektiere, dann bin ich für den Rest meines Lebens der Sklave oder die Sklavin meines Gehirns. Das heißt, diese unbewussten Prägungen und dieses Schattenkind, wenn es unbewusst bleibt, regiert eigentlich über mich. Und dadurch laufe ich immer wieder in dieselben Sackgassen, bringe mich selbst immer wieder in schlechte Gefühlszustände, habe Probleme mit anderen Menschen, habe vielleicht Probleme auf der Arbeit, habe Probleme mit mir. Oder die Variante gibt es auch. Ich habe kein Problem mit mir, aber dafür umso mehr die anderen mit mir. Also den Fall gibt es ja auch, dass Leute denken oder für sich sich völlig in Ordnung fühlen, aber alle anderen beißen sich an ihnen die Zähne aus und sie sind ganz, ganz schwierige Menschen. Und wenn ich mich damit auseinandersetze, dann habe ich die Chance, zu einer ganz anderen Freiheit zu kommen und mich auch von vielen Problemen zu befreien und vor allem auch ein besserer Mensch zu werden. Ich glaube auch, um das noch zu ergänzen, sich selbst besser kennenzulernen. Ich muss sagen, es hat mir so eine Freude gemacht, wirklich Muster zu erkennen. Oder wenn mein Mann irgendetwas gesagt hat, was mich aufgebracht hat, wo ich ganz rational drüber nachdenke, denke ich, wieso habe ich jetzt so reagiert und dann für mich erkannt habe, ah ja, da war das Schattenkind, was aus mir rausgesprochen hat, einfach sich selbst Stückchen für Stückchen besser kennenzulernen. Das macht mir persönlich eine Riesenfreude. Ich glaube, das ist ein ganz großes Geschenk, weil man daraus so viel lernt, so wachsen kann. Genau. Und letztlich kommt es ja auf Wachsen an. Also wenn du dich dann ertappst, ich sage ja immer, mein Steffi-Stahl-Mantra lautet ertappen und umschalten. Also nehmen wir jetzt mal an, der Michael hätte jetzt mal ein Buch gelesen, weil Sabine hätte irgendwann gesagt, Junge, so geht es nicht weiter mit uns beiden und wir müssen dann mal grundlegend was ändern. Wir lesen jetzt mal das Buch von der Frau Stahl und der hätte das jetzt gelesen. Und jetzt wäre dieselbe Situation nochmal, denn diese ganzen Kränkungssituationen, das ist ja immer nur Thema und Variation. Ob sie jetzt an einem Tag die Wurst vergessen hat einzukaufen oder ob sie am anderen Tag vielleicht mal ein bisschen zerstreut ist, wenn er ihr was erzählt und er wieder getriggert ist, da haben wir es wieder, was ich erzähle, ist nicht wichtig, sie hört mir nicht richtig zu. Ob er in einer Teamsitzung sitzt und seine Chefin würdigt vielleicht nicht hinreichend einen Vorschlag, den er gemacht hat. Ja, also da sind ja überall Millionen Trigger-Dinger da draußen, aber im Grunde genommen ist alles immer nur Thema und Variation und lässt sich letztlich zurückführen auf dieses Schattenkind mit seinen Glaubenssätzen. Und wenn er das jetzt aber mal grundsätzlich kapiert hat und verstanden hat, ah ja, so, das ist mein Muster, das ist meine alte Prägung. Als Kind wähnte ich mich oder war ich tatsächlich auch häufig zu kurz gekommen, das war wirklich ein Fakt und deswegen wähne ich mich heute oft zu kurz gekommen. Ja, also ich meine das oft, obwohl es sich eigentlich um ganz normale zwischenmenschliche Interaktionen oder auch zwischenmenschliche kleine Versäumnisse handelt, dann kann er sich vollkommen anders steuern. Das heißt, er kommt nach Hause, er stellt fest, Sabine hat die Wurst vergessen, er merkt schon wieder die Kränkung, jetzt merkt er sogar schon die Kränkung, weil er sich ja viel besser reflektiert und einen besseren Kontakt hat auch zu seinen Gefühlen. Dabei kann er sich jetzt ertappen, und dann schaltet er um auf den Erwachsenen Michael, denn das Erwachsene-Ich spielt in meinem Konzept ja auch eine wichtige Rolle. Also er schaltet jetzt um auf den Erwachsenen Michael und kann dadurch ein Stück Abstand einnehmen und von draußen drauf gucken und dann kann er merken, oh wow, ich war jetzt gerade wieder getriggert in meinem Schattenkind, aber guck mal, die Sabine ist ja nicht die Mama und überhaupt bin ich heute groß und sie darf auch mal Fehler machen, sie hat einfach nur die blöde Wurst vergessen, davon geht jetzt die Welt nicht unter und das hat nichts damit zu tun, wie viel du ihr wert bist oder dass sie dich nicht liebt oder ob du ihr wichtig bist oder nicht. Das hat eigentlich mehr was mit ihr selbst zu tun. Sie ist ja im Moment auch sehr im Stress, sie hat viel um die Ohren und versucht eigentlich alles noch richtig zu machen, aber natürlich passiert ihr mal ein Fehler. Und damit hätte er sofort diesen kleinen Anflug von Gekränktheit intern reguliert, damit würde das Gefühl ja auch sofort dann verschwinden und dann könnte er auf der Verhaltensebene mit einem guten Gefühl sagen, ach mein Schatz ist nicht so schlimm und sie hätten einen schönen Abend anstatt Streit und das ist the beauty of the concept, das heißt durch das kleine Ertappen und Umschalten und das hat sich wirklich ja schon millionenfach erprobt, es gibt ja inzwischen Millionen von Lesern und Leserinnen und wie viele erzählen mir allein durch diese Übung Ertappen und Umschalten hätten sie sich kuriert und das Schattenkind würde immer seltener auftauchen, weil jetzt auch diese neuen Gefühle und neuen Verhaltensweisen sich ja auch wieder einspuren im Gehirn. Das heißt, ich lege ja wieder neue mentale Wege an und das verselbstständigt sich dann auch irgendwann im positiven Sinne. Ja, ganz genau. Du hast ja, also wir haben ja gerade richtig schöne Beispiele im zwischenmenschlichen Bereich gehabt und das ganze Prinzip, das setzt sich ja wirklich auf alles dran. Also da geht es ja auch um die Beziehung zu mir selbst, die ich zu mir selbst habe, wie ich über mich selbst denke, wie ich in gewissen Situationen reagiere, sei es jetzt vielleicht, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht, ich weiß nicht, vielleicht bin ich nicht gut genug oder wenn es auch ums Essverhalten geht, ja, dass man dann eher zu einer Schutzstrategie greift, wenn man gestresst ist, wenn man traurig ist, dass man dann eher die Emotionen unterdrückt mit Essen schön weit unten, anstatt sich dem mal anzunehmen, zu sagen, okay, wieso bin ich jetzt traurig, wurde da mein inneres Schattenkind getriggert oder so. Also wirklich dieses Konzept lässt sich wirklich auf alles, was das Leben angeht, beziehen, finde ich. Ich denke, das ist auch der Punkt, warum dieses Buch so unglaublich gern gelesen wird und so vielen Menschen hilft, weil ich ein Grundprinzip erklärt habe. Es ist nämlich wirklich so, dass wir psychisch ziemlich einfach strukturiert sind, also die ganzen kompliziert halten, sind eher so an der Oberfläche. Und wenn man die Probleme mal in ihrer Struktur versteht, und das ist ja das, was ich meinen Lesern versuche zu vermitteln, die Grundstruktur, dann schnallt man was für ganz, ganz viele Lebenssituationen. Also ich greife wieder auf Michael zurück. Dasselbe Prinzip, Schattenkind steckt hinter seinen Beziehungsproblemen mit Sabine, das versteckt sich auf seiner Arbeit, es ist dasselbe nur in Grün, es geht immer um diese blöde Kränkungsgeschichte bei ihm, er ist einfach zu schnell gekränkt und das wirkt sich auf der Arbeit aus, in seinen zwischenmenschlichen Beziehungen, sei es zu seinen Vorgesetzten, sei es zu seinen Kollegen und Kolleginnen, das wirkt sich in der Beziehung zu seinen Eltern und Geschwistern aus, das wirkt sich in seiner Beziehung zu sich selber aus, weil er im Grunde mehr kein gutes Selbstwertgefühl hat und versucht auch häufig überzuperformen, überzukompensieren, sich damit wieder selber erschöpft und total unter Druck setzt. Also alle diese scheinbar so unterschiedlichen Themenbereiche und scheinbaren zwischenmenschlichen Verstrickungen und Kompliziertheiten liegt ein einfaches Prinzip zugrunde. Und wenn du das kapierst, dann wird alles viel einfacher. Ja, auf jeden Fall. Wie können wir da denn jetzt ansetzen? Also wenn wir jetzt sagen, okay, das hört sich ganz interessant an, gibt es so ein, zwei Tipps, wo man anfangen kann, sich selbst zu hinterfragen oder in solchen Situationen dann sich selbst zu ertappen? Ja, das Erste ist ja mal so ein bisschen für sich selbst die Diagnose zu finden. Denn ich muss ja wissen, wobei ich mich ertappe. So, das wäre jetzt für Michael so der erste Schritt, mal festzustellen, ja, ich habe da ein Problem, beziehungsweise ja, ich habe da eine alte Prägung und die möchte ich jetzt gerne mal verstehen, weil die mich ja doch sehr aus dem Hintergrund steuert. Und der nächste Schritt wäre zu sagen, okay, das würde aber auch bedeuten, ich muss tatsächlich mal ein bisschen kritischen Blick auf mein Elternhaus werfen. Und da tun sich manche schon so ein bisschen schwer, und da erregt sich bei manchen Widerstand auch in Form von Wut. Was sollen jetzt, was sollen das jetzt und was erzählt die denn da? Sollen jetzt meine Eltern an allem schuld sein? Ich bin doch heute groß, ich kann mein Leben selbst bestimmen, das ist alles richtig. Aber wenn du dein Programm verstehen willst, dann musst du dahin gucken, wo es entstanden ist. Und das ist in der Regel halt in den allermeisten Fällen das Elternhaus. Und sicherlich können auch Lehrer oder Mitschüler eine Rolle gespielt haben, aber die kann ich ja tatsächlich in meine Reflexionen auch mit einbeziehen oder in diese konkreten Übungen, die ich halt mache. Das ist ja das Schöne, also jeder kann das ja mit individuellem Inhalt auch füllen, aber die Eltern spielen halt in den allermeisten Fällen eine ganz große maßgebliche Rolle. Und da ist schon so der erste Schritt zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal ein kleines Stück aus der Loyalität von meinen Eltern raus und gucke mir das jetzt wirklich mal kritisch an, was ist denn da passiert. Und welche Botschaften habe ich so vermittelt bekommen? Wie war die Atmosphäre in meinem Elternhaus? Habe ich mich geliebt und unterstützt gefühlt? Oder hatte ich eher manchmal das Gefühl, dass die da gestresst sind, dass ich mich sehr auf meine Eltern einstellen muss, anstatt sie sich auf mich und so weiter und so fort. Und dann spüre ich mal hin, was sind denn meine tiefsten Glaubenssätze? Was halte ich denn eigentlich so im Innersten von mir? Was sind so ganz typische Gefühle, die diese Glaubenssätze auslösen? Und am besten male ich das mal so auf. Also ich habe ja so wirklich auch diese konkrete Übung, dass man sein Schattenkind mal aufmalt und das da alles mal so reinschreibt. Und dann weiß man, aha, stimmt. Und da bin ich schnell getriggert. Das ist so ein altes Kindheitsmuster und da muss ich immer ein bisschen aufpassen. Und jetzt bin ich mal aufmerksam im Alltag und gucke mal, wo ich das immer wieder so spüre. Und ertappen kann man sich am besten bei den Gefühlen, weil die kommen ja am stärksten ins Bewusstsein. Ah, da ist wieder die alte Enttäuschung. Ah, da ist wieder diese Wut. Ah, da ist wieder diese Kränkung. Ach, da ist wieder diese Angst, diese blöde Versagensangst und so weiter. Und dann kann ich anfangen, damit zu arbeiten. Ja. Also ich muss auch wirklich sagen, es lohnt sich. Das muss ich jetzt nochmal betonen. Es ist so eine unglaublich wertvolle Arbeit, die man, oder ja auch Zeit, wenn man sich damit beschäftigt, die man sich selbst schenkt. Jetzt ist es ja so, dass wir sehr viele Hörerinnen haben, die Gewichtsprobleme haben und die den Wunsch haben, abzunehmen. Kann man dieses Prinzip der inneren Kindarbeit auch einbeziehen, wenn man sich dem Thema Gewichtsverlust widmet? Also hat das eine vielleicht auch was mit dem anderen zu tun? Ja, also ich denke jetzt nicht in allen Fällen. Ich bin jetzt ja nicht eine Spezialistin auf eurem Bereich. Aber es gibt ja so, es gibt ja einfach Menschen, ich weiß auch nicht, wie man das jetzt fachlich nennt, aber ich kenne die auch. Die kommen einfach mit so einem Gen zur Welt, die sind wahnsinnig gute Futterverwerter. Die werden eigentlich schon so ein bisschen pummelig geboren und bleiben es irgendwie auch, oder eher dick. Und die können extrem wenig dürfen, die nur essen, um nicht zuzunehmen. Eigentlich ist das kaum machbar. Also ich kenne davon auch so zwei, drei Kandidaten. Und das hat jetzt auch dann gar nichts mit ihrem inneren Kind zu tun, sondern einfach was mit einer genetischen Disposition. Aber es gibt natürlich auch nicht wenige, und davon kenne ich auch genügend, bei denen hat das Essen eine hohe Schutzfunktion. Und das hat was mit dem inneren Kind zu tun. Also, dass das Essen zum Beispiel schon als Kind ein ganz großer Trost war, wenn Mama und Papa wieder gestritten haben. Oder ein ganz großer Trost eigentlich auch schon ankonditioniert vielleicht von meinen eigenen Eltern war. Also, dass ich mit Essen auf ruhig gestellt wurde, dass ich mit Essen sehr viel belohnt wurde. Und das Essen für mich... einen riesigen Ort der Geborgenheit darstellt. Was es ja im Grunde genommen auch ist. Es gibt ja nichts Schöneres, als sich gemütlich am besten noch mit Freunden zu treffen, was Schönes zu essen. Da stehen leckere Dinge auf dem Tisch. Also, Essen ist ja viel mit Geborgenheit und Bindung assoziiert. Bindung. Und Essen ist ja auch sehr früh mit Bindung assoziiert. Also, über die Nabelschnur, dann später über das Fläschchen oder über das Stillen. Also, das... Mit Essen stillt man sich ja sehr oft tiefe Sehnsüchte nach Bindung. Und Essen tröstet ungeheuer. Und Essen kann eben auch als Verhaltensweise andere Gefühle abdämpfen oder ganz überdecken, die ich einfach nicht haben will. Zum Beispiel, dass ich mich total traurig fühle. Dass ich mich einsam fühle. Dass ich viele Ängste habe und so weiter und so fort. Und weil am Ende des Tages, egal über welches Problem wir reden, läuft eigentlich alles auf dasselbe hinaus. Dass man gewisse Gefühle vermeiden will. Oder einfach nicht haben will. Und dass wir irgendwie versuchen, einen Bogen um diese Gefühle zu machen. Das ist ja auch der Grund, warum nicht weniger Menschen auch Angst haben vor dieser inneren Kindarbeit. Weil sie sagen, da kommen Gefühle hoch, mit denen will ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Und aus diesem völlig verstehbaren Wunsch, aus diesem völlig menschlichen, normalen Wunsch, sich nicht schlecht fühlen zu müssen, machen wir halt alles Mögliche. Also wir sind echt schwerst motiviert, gewisse Gefühle nicht zu fühlen. Und das gilt natürlich dann fürs Essen und das innere Kind. Vor allen Dingen, wenn es ums Essen geht, Essen als Trost, aber genauso auch Essen als Nicht-Essen, also in Richtung Magersucht. Auch da, da geht es ja ganz viel um Kontrolle, Dinge im Griff haben, das Leben im Griff haben, alles im Griff haben. Und da ist natürlich die innere Kindarbeit wunderbar geeignet, um diesen inneren Anteil in mir, der sich immer wieder traurig anfühlt, dieses Schattenkind, oder das immer wieder Angst hat, enttäuscht zu werden, oder das überhaupt Angst hat vor dem Leben, mich dem zuzuwenden, das anzuerkennen und nach Möglichkeiten zu suchen, dem anders Bindung und Sicherheit zu vermitteln, als übers Essen. Oder eben übers Nicht-Essen. Aber ich glaube, ihr beschäftigt euch mehr mit zu viel Essen, ne? Genau. Also wir haben auch Kunden im anderen Bereich, aber vorwiegend mit dem Abnehmen-Thema, ja. Aber wie du es auch schon gesagt hast, also ich finde, das ist auch so wichtig, weshalb wir halt auch mit unserer Arbeit nicht nur diese körperliche Ebene angehen und sagen, passt auf, so sieht es aus, das braucht der Körper an Nährstoffen, sondern die emotionale und mentale Ebene einfach mit einbeziehen, weil wir sagen, nur so kann man langfristig auch Strategien entwickeln und seine Gewohnheiten und seine Glaubenssätze eben umstrukturieren, damit man ein gesundes Leben hat und langfristig Gewicht verliert. Und dazu gehört auch einfach der psychologische Aspekt. Und einer der wichtigen Punkte ist Schutzstrategien, zu erkennen, ja, emotionales Essen, okay, habe ich jetzt gerade wirklich Hunger oder greife ich zum Essen aus anderen Gründen? Was steckt dahinter? Was für ein Gefühl? Was für ein Bedürfnis? Kann ich mir das vielleicht gerade anders geben, als dass es die Schokolade jetzt für fünf Minuten tut und danach fühle ich mich ja immer noch schlecht, ne? Es ist es eben. Essen ist halt immer so schnell vorbei, aber so einen Körper, in dem du dich nicht wohlfühlst, den schleppst du 24 Stunden mit dir herum. Ja. Es ist immer so ein kurzfristiger Trost, aber die Situation ist schnell vorbei. Genau. Und auch hier wieder die große Chance, wenn man sich dem Ganzen mal traut, anzunehmen und sich einfach mal ein bisschen mit seinen inneren Kindern, dem Schattenkind und dem Sonnenkind, auseinandersetzen möchte, um dann einfach sich selbst besser zu, ja, kennen zu lernen und sich besser lesen zu lernen in solchen Momenten, ne? Ganz genau. Und ich denke, also wir reden ja hier im Grunde, ohne dass der Begriff jetzt so viel explizit gefallen ist, über das Selbstwertgefühl. Und das ist ja, das Epizentrum unserer Psyche ist das Selbstwertgefühl. Und in diesem Sinne ist ja das Schattenkind auch eine Verbildlichung des eigenen Selbstwertgefühls. Denn diese negativen Glaubenssätze sind ja auch die Programmiersprache des Selbstwertgefühls. Also wenn ich das Gefühl habe, grundsätzlich bin ich nichts wert und ich bin hässlich oder was auch immer, dann bezeichnet das ja auch mein Selbstwertgefühl. Und Essen hängt auch ganz viel mit dem Selbstwertgefühl zusammen. Also eigentlich mag man sich nicht so richtig und das löst doofe Gefühle aus, also gehe ich an den Kühlschrank und suche erst mal Trost. Ja. Und auch oft mit einer Hoffnungslosigkeit, was man allerdings bei allen Süchten hat, nicht nur beim Essen, sondern auch andere Suchtthemen sind oft bei den Betroffenen verbunden mit einer großen Hoffnungslosigkeit, dass man es eben doch nicht schafft. Und wenn sich diese Hoffnungslosigkeit breit macht, dann ist dann auch schnell wieder ein Impuls, zum Kühlschrank zu gehen, was zu essen und sich irgendwie zu trösten. Und deswegen lohnt es sich unbedingt, eben dieses Selbstwertgefühl zu kurieren. Denn wenn man über ein niedriges Selbstwertgefühl verfügt, dann hat das überhaupt nichts mit dem eigenen Wert zu tun, sondern immer nur mit unglücklichen Botschaften, die man früher erhalten hat oder mit unglücklichen Lebenssituationen, denen man ausgesetzt war. Und das ist auch, vielleicht du hast mich eben auch so nach einer praktischen Übung oder praktischem Ansatz gefragt, dass man sich ein für alle Mal klar macht, auf einer tiefen Ebene, dass Kinder vollkommen richtig zur Welt kommen und dass es die Aufgabe der Eltern ist, den Kindern dieses Gefühl zu vermitteln und ihre Kinder zu lieben. Es ist nicht die Aufgabe der Kinder, sich so zu verhalten, dass sie für die Eltern liebenswert sind. Also, wenn ich einen Glaubenssatz habe, wie ich genüge nicht oder ich falle zur Last, wie der Michael, dann sagt das nichts und zwar 0, nichts über meinen eigenen Wert aus, sondern eigentlich nur etwas darüber, wie ich aufgewachsen bin. Also, die Glaubenssätze von Michael sind kein Zeugnis für ihn, sondern eigentlich eher ein Zeugnis für seine Eltern. Übrigens, wenn du jetzt auch neugierig geworden bist, wie wir das Thema Abnehmen angehen, mit der körperlichen, mentalen und emotionalen Ebene, dann ist vielleicht unser kostenloses Webinar für dich genau das Richtige, indem du lernst, wie du dein Abnehmziel mit dem Ziel endlich erreichen kannst und zwar langfristig, ohne Verbote und ohne Jojo-Effekt und eben auch integriert mit den Punkten, die wir hier mit Steffi gerade besprochen haben. Geh dafür einfach auf www.intomind.de schrägstrich podcast-webinar und trag dich jetzt ein für den nächsten kostenlosen Tempel. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass du das nochmal betonst und auch, dass wir hier nochmal das Wort Selbstwirksamkeit ansprechen. Wir haben ja auch von dir das Erwachsenen-Ich kennengelernt, um hier auch einfach nochmal hervorzuholen, okay, du bist jetzt gerade in dieser Situation und hast all diese Prägungen, die quasi die Kindheit in dir hervorgeholt hat, also die du in der Kindheit gemacht hast, aber du hast jetzt dein Erwachsenen-Ich und du hast jetzt die Möglichkeit, deinem Schattenkind das zu geben, was es damals nicht bekommen hat. Du bist selbstwirksam. Genau, das hat natürlich auch ein bisschen seine Grenzen, also erstmal ist es völlig richtig und ich kenne Millionen Menschen, nee, ich kenne sie nicht persönlich, aber ich kriege das mit, die sich damit eigentlich selber therapieren und auch erfolgreich therapieren. Und es gibt Menschen, die haben wirklich ein größeres Päckchen zu tragen, die kommen vielleicht aus dem Bereich Trauma und so und die sagen, mir ist das allein zu viel und allein schaffe ich das nicht, die Gefühle sind zu stark, ich habe zu viel Schlimmes erlebt und da ist es ja auch vollkommen in Ordnung, dafür sind Psychotherapeuten ja da, sich eben darüber hinaus noch weitere Unterstützung zu suchen. Auf jeden Fall, ja, total. Also wenn ich jetzt mal kurz versuche zusammenzufassen, wir haben gelernt, wir haben ein inneres Schattenkind, ein inneres Sonnenkind und wir haben ein Erwachsenen-Ich. Wir haben Prägungen, die wir von früher mitgenommen haben, die wir aber heute erkennen können und unsere Schutzstrategien dahinter und können anfangen, daran zu arbeiten und unsere Glaubenssätze entsprechend anzupassen und unser Leben heute nicht einfach hilflos vor uns herzudümpeln, sondern selbstwirksam in die Hand zu nehmen und zu gucken, okay, was kann ich lernen, wie kann ich mich selbst besser kennenlernen und wie kann ich mein Leben jetzt so Stück für Stück anpacken, damit es mir einfach besser geht in meiner Beziehung, in der Beziehung zu mir selbst, in meinem Umfeld, mit meinem Job, mit meiner Gesundheit und so weiter. Habe ich was vergessen? Nein, gar nicht. Ich will es nur nochmal so in zwei Sachen nochmal, ich möchte gerne zwei Sachen ergänzen. Das eine ist, im Grunde genommen geht es in jeder Psychotherapie beziehungsweise auch wenn ich mich in diesen Aspekten, über die wir jetzt gesprochen haben, weiterentwickele, immer nur um einen ganz wichtigen Punkt, dass ich lerne, noch technischer und nüchterner ausgedrückt, dass mein Gehirn lernt, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden. So, weil wenn der Michael innerlich wieder klein wird und einen Falztanz macht, weil Sabine die Wurst vergessen hat, dann ist er ja wieder klein, er ist wieder in seiner Vergangenheit. Er projiziert die Vergangenheit in die Gegenwart und handelt eigentlich aus diesem Film heraus. Er ist dann in diesem Film seiner Vergangenheit gefangen. Und das Wichtige ist, dass man diesen Film unterscheiden lernt von der Gegenwart und wirklich ins Hier und Jetzt in seine erwachsene Realität kommt. Und der zweite Aspekt, den ich betonen möchte, es geht wirklich nur um ein paar ganz wesentliche Dinge, der Rest ist Thema und Variation und das vereinfacht die ganze Sache. Dadurch ist es im Kern auch nicht mehr so schwer und nicht so kompliziert, sondern es geht wirklich um ein paar ganz einfache Dinge, um die man sich mal grundlegend Gedanken machen sollte. Und das ist nicht so schwer, wie man oft meint. Denn dass Veränderung ganz schwer ist, dass Veränderung ganz lange dauert, dass alles ganz mühsam ist, dass es alles super schmerzhaft ist, das sind auch Glaubenssysteme, die aber nicht den Tatsachen entsprechen. Ja, ich finde es eher spannend. Also an der Stelle natürlich verlinke ich Steffis Webseite, auch Steffis Bücher. Es gibt ja nicht nur das, über das wir heute gesprochen haben. Gerne unten in den Shownotes. Und auch hier nochmal, in ihrem Buch, also ich habe es ja als Hörbuch gehört, es war anschaulich, es war total verständlich, es war auf keinen Fall trocken, es war mit richtig vielen Beispielen, wo man sich so reinfühlen konnte, mit vielen Übungen, Selbstreflektionsübungen, wo man sich einfach Gedanken macht, wo man sich mit sich selbst beschäftigt. Also, ja, ich kann es einfach nur empfehlen. Das ist eine totale Bereicherung und eben in meinem Fall total spannend. Ich fand es spannend und ich fand es aufschlussreich und ich fand es einfach richtig cool, sich mit solchen psychologischen Themen über sich selbst und über seine Kindheit einfach mal Gedanken zu machen. Dankeschön. Steffi, möchtest du zum Abschluss noch irgendetwas sagen, was dir auf dem Herzen liegt an unsere Hörerinnen, an unsere Hörer? Also, das eine Thema, was mir wahnsinnig auf dem Herzen liegt, warum ich auch immer wieder antrete und mir es überhaupt antue, Bücher zu schreiben, weil das ist ja auch eine wahnsinnige Arbeit, ist, dass man durch diese persönliche Selbstreflektion nicht nur persönlich glücklicher wird, sondern auch ein besserer Mensch, weil man sich viel weniger mit seinen eigenen Themen und Filmen, die man so am Laufen hat und Projektionen den anderen zumutet. Und das andere ist etwas spaßiger. Mein Vater hatte immer so einen coolen Spruch, den ich so gerne weitergebe. Der hat immer gesagt, wem soll das schlechte Leben nutzen, hat er mal gesagt. Und das war ein schöner Spruch, um so aufzufordern, das Leben einfach auch zu genießen und auch die schönen Seiten des Lebens mitzunehmen. Und da nochmal mein Appell zur Selbstfürsorge, seht einfach auch zu, dass ihr euch ein schönes Leben macht. Und wenn es eben nicht gerade das Essen ist, es gibt noch Millionen andere Sachen, die man total genießen kann. Und Essen kann man übrigens auch sehr genießen, wenn man es nicht in sich hineinstopft, sondern wenn man eben auch in kleineren Portionen isst. Und einfach aber das Leben zu genießen. Sehr schön. No more words needed. Außer vielen, vielen Dank, Steffi, dass du dir die Zeit genommen hast, in den Podcast zu kommen, uns über dieses unfassbar wichtige Thema aufzuklären. Ja, dass ich mit dir sprechen durfte. Also von Herzen vielen, vielen Dank auch für deine wertvolle Arbeit. Und an unsere Hörerinnen da draußen natürlich von Herzen danke, dass ihr auch heute uns wieder zugehört habt. Danke dir, Fabienne, für die Möglichkeit und für deine liebevolle Wertschätzung. Dankeschön. Danke dir, chuy 운동. Danke dir,